Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Die meisten von uns kommen am nächsten Freitag, dank dem 1. Mai, zu einem verlängerten Wochenende. Hoffen wir, dass das mal das Wetter mitspielt. Es wäre doch schön, wenn man den Tag draussen im Garten verbringen könnte und bei dieser Gelegenheit gerade mal zum Grillieren nützen könnte. In unseren Gobe-Läden gibt es zurzeit Goldstar-Boulet zum einmaligen Aktionspreis. Lassen Sie sich diese Gelegenheit nicht entgehen. Diese Boulet, keine Angst, es hat die ganze Woche genug bei Gobe, kommen aus Schweizer Aufzuchtsbetriebe und werden grillfertig angeboten. Das heisst, dass man sie nach dem langsamen Auftauen im Kühlschrank nur noch mit einer Marinade, zum Beispiel aus Salz, Provence-Kräutern, Paprika, Anken und Zitronensaft bestreichen. Das Boulet braucht ungefähr 40 bis 45 Minuten, bis es gar ist. Wenn Sie das Fleisch während dieser Zeit ab und zu mit ein wenig Bratensaft begiessen, wird es wunderbar zart und trocknet nicht aus. Das Stichwort austrocknen gibt mir jetzt gerade die Überleitung zum nächsten Beitrag. Grillieren gibt bekanntlich Durst. Neben den anderen erfrischenden Durstlöschern gibt es in der Gobe-Getränkeabteilung auch das gehaltvolle, aber alkoholfreie Tellbier. Ausgesuchtes Braumalz, würzigen Hopfen und glasklares Wasser braucht der Braumeister auch für das alkoholfreie Tellbier. Hier im Sudhaus wird unter seiner Aufsicht und nach altem Rezept die Maischen erhitzt, gewürzt, glütert und mehrere Stunden lang gekocht, bis sie abkühlt und geklärt als sogenannte goldene Würze in die grosse Gärbottich fliesst, wo die Hefe zugesetzt wird. Nach einem leichten Angären kommt das junge Tellalkoholfrei dann im Lagerkeller, wo es bei 0 bis 1 Grad Celsius reift und wo sich auch die prickelnde Kohlesäure bildet. Sie sehen also, nicht der Alkohol macht das gute Bier, sondern die bewährte Kunst vom Braumeister. Mit dem Tellalkoholfrei haben Sie also auf jeden Fall sechs Richtige. Sie wissen ja, dass Sie bei Coop zwischen den bekanntesten Markenartikeln wählen können. Auch bei der Kosmetik ist das der Fall. Brüchige und gespaltene Fingernägel sind hässlich. Die Lösung? In zehn Tagen sind die Nägel härter, denn Dursillon stärkt das Keratin der Nägel. Und der Nagellack von Jemais hält doppelt so lang. Für härtere, schönere und dauerhaftere Nägel der pflegende Nagelhärter von Jemais. So einfach ist es also, seine Nägel zu pflegen. Denken Sie doch bei Ihrem nächsten Besuch in der Coopladen daran. Vielleicht schauen Sie bei dieser Gelegenheit dann auch das Konfitüre-Gestell einmal ein bisschen näher an. Auch dort ist die Auswahl an feinen Konfitüren besonders interessant. Auch wenn es um Getränke geht, können Sie bei Coop zwischen den verschiedensten Marken wählen. Immer mehr Konsumenten entscheiden sich darum nicht immer, aber immer öfter für... Aber schauen Sie doch gerade selber. Sie gehen gerne mit Ihrem Hund spazieren? Ja, das kann man sagen, ne? Und Sie trinken gerne alkoholfreies Bier? Ja. Ja. Aber nur Klausthaler. Und? Ja, es wirkt. Der Hund hört besser als früher. Platz. Platz. Immer? Nein, nicht immer. Aber immer öfter. Klausthaler. Alles, was ein Bier braucht. Von morgen an offerieren wir Ihnen wieder eine ganze Reihe von Produkten zu Aktionspreisen. Da jetzt gerade eine kleine Übersicht. Ein 5,5 Kilo Paket Persil-Vollwäschmittel kostet nur 14,90. Und zwei Pakete Inkarom-Nachfüllbeutel nur 9,20. Ein 450 Gramm Körbli ausländische E-Pere gibt es für nur 2,20. Ausserdem offerieren wir Ihnen diesen bequemen Gartenstuhl mitsamt dem Küssi für nur 69 Franken. Günstige Angebote, die auch Sie bestimmt brauchen können. In einer von den letzten Sendungen habe ich Ihnen naturnahe Dünger und Gartenprodukte vorgestellt. Ob und wie viel man muss düngen, weiss man allerdings nur, wenn man über die Bodenbeschaffenheit von seinem Garten im Bild ist. Ausfinden kann man das jetzt auf einfachste Art mit dem Bodenproben-Analyseset von GOP. In dem Couvert finden Sie alles, was Sie für eine Bodenprobe brauchen. Unter anderem die genaue Anleitung für den Entnahme der Probe in den verschiedenen Gartenbereichen. Ein Plastikbeutel, um die Erde abzufüllen. Und ein bereits adressierter Versandkarton. Der Bericht vom Labor über Bodenbeschaffenheit und Nährstoffgehalt von Ihrem Garten sollte dann mit den entsprechenden Düngevorschlägen nach rund 14 Tagen bei Ihnen eintreffen. Ja, und den Hinweis darf ich natürlich nicht vergessen, dass die Bodenproben-Analyseset kommen Sie in allen GOP-Gartenzentren und Baumärkten für 37 Franken über. Damit bin ich am Schluss des heutigen GOP-Inforama. Ich hoffe, es hat auch für Sie wieder etwas dabei gehabt. Und es würde mich freuen, wenn Sie auch am nächsten Mittwoch wieder zuschauen würden. Sie sehen dann unter anderem eine Palette von GOP-Neuheiten und wie immer die günstigsten Aktionsangebote.